Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben! So, Kaffee getrunken, gefrühstückt, denke ich mal, habt ihr schon, der eine oder andere ist noch dabei. Oder sagt sie auch, ach nö, ich brunch jetzt oder ich gehe vielleicht auch brunchen, ne? Ach, ihr Lieben, wir haben einen wunderschönen neuen Tag und wir starten jetzt richtig toll in diesen neuen Tag hinein, würde ich sagen, ne? Ja, voller Ruhe und ich wünsche jedem von euch diese Entspannung, diese Ruhe. Ja, und ganz, ganz, ganz vielen lieben Dank für eure herzlich lieben Kommentare zum Gestern wieder. Also ich finde es so wunderschön und ich freue mich auch, dass ihr da so dann, ja, eure Situation, eure Meinung ja auch mit kundtut und auch untereinander diese Kombination Kommunikation finde ich auch total schön und ich freue mich riesig darüber. Und ja, jetzt möchte ich hier nur noch mal schauen, ähm, ja, bei mir, bei mir hängt es ja, bei mir hängt nämlich jetzt gerade alles, muss ich noch ganz schnell mal schauen, ob das hier alles auch so passt, ähm, wie ich das eingestellt habe. Aber irgendwie habe ich hier gerade ein bisschen einen dezenten Hänger hier drin, aber müsste jetzt klappen, wenn ich das so sehe. Ja, genau. Alles klar. Dann vielen, vielen Dank erst auch noch mal gestern für den Hinweis, dass ich das, äh, Sternzeichen wage. Ich habe's, ja, es ist irgendwie untergegangen mit all den Sternzeichen hochgeladen, aber die Wagen hatte ich leider vergessen. Es tut mir so leid. Vielen, vielen Dank auch über WhatsApp. Da habe ich auch noch mal die, äh, Meldung, die Information bekommen. Vielen, vielen, vielen Dank. Aber ich bin immer so dankbar, wenn ich so Hinweise irgendwie auch noch bekomme, weil ich wäre da nie im Leben drauf gekommen. Und auch in den Kommentaren habe ich es gelesen, habe es aber dann gestern noch hochgeladen. Und ja, ich finde es auch so schön, dass ihr es auch so angenommen habt, ähm, was ich am Anfang noch gesagt habe gestern, ähm, in dem Video. Habe aber ja gleich mit angekündigt, ihr könnt auch vorspulen. Und, aber finde ich auch ganz toll, dass ihr da auch das mit annehmt und sagt, okay, man kann nicht alles immer komplett, aber einfach so dieses Annehmen, um was es hier wirklich auch geht, ähm, was du selbst auch tun kannst, mit dir selbst, ne? Ja, von deiner, ähm, von deinem Inneren, wo hängt es auch bei dir, dass du wirklich erst immer mal bei dir schaust, wo kommt das Gefühl, was hat das Gefühl überhaupt ausgelöst, dass hier was blockiert wird in der Kommunikation oder, ähm, in der Beziehung, in einem Treffen oder dass irgendwas hier richtig wieder in den Flow kommt. Was auch immer ganz wichtig ist. Und ja, da ist natürlich das Thema Loslassen ganz, ganz, ganz wichtig. Und, äh, Loslassen habe ich ja, sage ich ja auch immer dazu, hat ja nichts damit zu tun, dass du den Menschen loslässt, sondern Loslassen, also dass du loslässt, dass du den Menschen kommt oder aus deinem Leben dann auch verbannst, ne? Wie es dann gern auch mal so im ersten Moment dann aufgenommen wird, aufgefasst wird. Nein, weil Loslassen ist ja, ähm, dieser Bereich, dass du nicht mehr da hängst, in dieser Energie drin bist, sondern wirklich komplett auch mal bei dir auf dich schaust und loslässt dieses Fest, ja, dieses, klar, Festhalten und, ähm, dass du auch nicht mehr immer den kompletten Fokus auf diesen Menschen hast. Das ist ganz, ganz wichtig, weil du dich ja selbst dann auch da verlierst. Du bist ja mit der Energie ja gar nicht bei dir selbst. Und das ist überhaupt nicht gut. Also heißt es dann auch Loslassen, dass du nicht, wenn du, ähm, ja, weißt, wo es sich immer aufhält, dass du da vorbeifährst oder, ähm, da immer schaust, dass du irgendwas rausbekommst oder so, ne? Dass du da mal loslässt von dieser Energie, dich immer, ähm, konstant, äh, ja, Anführungszeichen, mit deinem Wunschpartner, also mit diesem Menschen beschäftigst, sondern den Fokus auf dich richtest. Das ist das A und O. Weil nur dann kann auch alles Mögliche kommen und in Bewegung kommen. Weil, wenn du da immer diesen, diesen Fokus da drauf hast, dann bist du ja blockiert. Dann blockierst du auch die Energien, dass da was anderes richtig auch kommen kann, weil du nur diesen Fokus hast. Und da man dann drauf, ähm, logischerweise emotional dann auch bist, die Enttäuschung, die Verletzung, die, die, die Sehnsüchte auch. So, und dann hängst du wieder in diese Endlosschleife da drin fest. Dann kann nichts anderes kommen. Da kann nur so eine Energie immer, immer, immer wieder kommen. Also so ein Ereignis, dieses Gefühl. Weil du dich ja mit diesem Gefühl dann immer wieder da, äh, auseinandersetzt. Weil du das, da immer wieder rangehst, wo du nicht weiterkommst. Und, ähm, also praktisch, dass er sich meldet oder dass hier irgendwas in Bewegung reinkommt, ne? Aber, ja, das ist, wie gesagt, ein Thema, ähm, das sehr, sehr umfangreich auch ist, wo man da auch in die Tiefe natürlich auch gehen kann, logisch. Ne? Und was ich auch sehr, sehr wichtig auch finde, dass man das Ganze dann auch mal wirklich, ähm, für sich selbst auch betrachtet. Weil, das ist es. Es ist dann, wie wenn du Scheuklappen drauf hast. Du bist natürlich auf andere Sachen, du kümmerst dich auch um alles andere, natürlich. Das möchte ich jetzt damit nicht sagen, ne? Aber, es ist nicht gut, wenn du da immer den, den Fokus konstant, straight drauf richtest. Weil, es ist auch so, wenn du, wenn, wie ich es euch immer sage, ähm, auch in persönlichen Readings, wenn ich es immer sage, ähm, mach dir keine Gedanken, wo du jemanden kennenlernst. Weil, dann hast du, ähm, dann hast du immer im Fokus, okay, dann muss ich weggehen, ähm, irgendwo, äh, ich kann nur draußen jemanden kennenlernen, und dann wird es da sein und dort, so, dann fokussierst du dich da drauf. So, und dann ist alles andere wieder blockiert, weil da nichts kommen kann. Weil, das ist auf einem ganz anderen Weg vielleicht für dich bestimmt, meistens bestimmt, dass es auf dich zukommen kann. So, geht aber nicht, weil du ja den Fokus hast, du musst weggehen, du musst irgendwie essen gehen oder mit Freunden was unternehmen oder beim Einkaufen. So, und da, ähm, blockierst du dann alles andere wieder. Weil alles kommt immer auf einem natürlichen Weg zu dir, wie es auch so sein soll. Und da kann nichts kommen, wenn du da den Fokus dann darauf richtest. Also heißt das, loslassen. Und einfach sagen, du weißt, dass es kommt. Du weißt, dass du mit einem Mann in einer festen Beziehung zusammen bist. Du weißt, ähm, dass du, äh, eine Arbeitsstelle bekommst, ne? Wie das dann so kommt, das kann dem Pups egal sein. Ich bringe immer das tolle Beispiel, wenn du dir bei irgendeinem Versandhaus oder irgendwas bestellst, ähm, machst du dir doch auch keine Gedanken. Hey, ähm, wie wird das jetzt verpackt? Wie kommt das in die Folie? Welches Etikettränge hängen die ran? Ähm, wie legen wir es zusammen? Das ist dir doch egal, oder? Das ist dir doch Pups egal. Sondern du gibst die Bestellung auf und so ist es auch, du weißt, dass du mit einem Menschen in einer Beziehung zusammen bist. Mit einem Mann oder mit einer Frau. So, haben wir auch. Du gibst deine Bestellung auf, dass du in einem Versandhaus was bestellst. Aber du machst dir doch keine Gedanken, wie es verpackt wird. Das ist dir doch sowas von Schnuppe. Sondern du weißt, du weißt doch auch, ey, es kommt. Und freust dich eigentlich schon, wenn du das Kleidungsstück anhast, vorm Spiegel stehst und, ne? So. Weil du weißt doch, dass es kommt. Und wie der Zwischenweg da drin ist, ist doch Pumpe egal. Und so ist es bei allem anderen auch. Es kann dir doch egal sein, wie. Weil es kommt auf dem richtigen Weg. Es wird richtig verpackt, ne? Dass es dann auch zu dir kommt. Und klar gibt es mal ein bisschen Verzögerung oder sowas. Und da ist es auch so, weil du den Fokus da nicht drauf richten. Es ist alles dann nämlich deine Lebenszeit, die da drauf geht. Und da bringst du dann wieder einen Stillstand rein. Deswegen sage ich auch immer, ja, Zeit steuerst du selbst. Und das ist es dann nämlich auch. So, euren Gegenüber haben wir jetzt mal rausgelegt. Und da schauen wir jetzt mal rein. Ihr wisst ja kollektiv, die Personenkarten sind geschlechterneutral. Also hier, Personenkarte, das ist dein Gegenüber. Und da stellen wir heute mal die Frage, was verheimlicht er oder sie dir eigentlich? Was ist hier das Geheimnis? Was er dir oder sie dir nicht gesagt hat. Dieses Verborgene. Was ist da drin? Was war da? Was hat er oder sie dir verheimlicht? Oder aktuell. Wir schauen jetzt mal. Gut. Dann. Okay. Gut. Wir brauchen noch ein bisschen was hier zur Klärung. So. Also, was ich euch hier auf jeden Fall sagen kann. Fange ich gleich an. Also, was dein Gegenüber dir hier verheimlicht. Ich nehme jetzt gleich noch was aus dem Dark Mansion Tarot. Dass wir ja auch eine Klärung noch bekommen. Na, die möchte ich. So. Und dann nehmen wir noch eine Karte aus dem Astra Mansor. Lenormand möchte ich auch noch. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, kann es losgehen. Also, was dein Gegenüber dir nämlich hier verheimlicht, ist wirklich, er war nicht ganz so offen und ehrlich zu dir gewesen, was die Vergangenheit betrifft. Also, hier ist ein großes Thema Vergangenheit. Und da hat er oder sie so ein bisschen, ja, das Problem mit sich selbst, weil in der Vergangenheit ist alles nicht so toll gelaufen. Er hat Erfahrung, er hat sie Erfahrungen gemacht. Dann sehe ich hier, die Erfahrung hat mit einem Elternteil zu tun und hat hier auch mit einer anderen Beziehung zu tun. Also, eine Beziehung, mit der er mal gewesen oder sie mal gewesen ist und da war er nicht ganz so ehrlich auch in deine Richtung gewesen. Und das ist ein ganz großer Stressfaktor, der innerlich immer bei ihm wieder ausgeführt wird oder ausgelöst wird, der ihn immer wieder auch in den Rückzug bringt. Und, ja, teilweise fühlt er sich oder sieht sich manchmal noch wie ein kleines Kind, dass er vielleicht bevormundet wird, gibt es aber öffentlich nicht zu. Das ist das große Thema. Und so ist es auch hier in einer anderen Beziehung. Also, da ist auch ziemlich was in die Hose gegangen und ist ja auch enttäuscht worden, sehr stark enttäuscht worden. Und gibt dir vielleicht nur so die Oberfläche, was er oder sie dir gesagt hat. Aber hier sehe ich dein Gegenüber, was er dir verheimlicht, dass er eigentlich mehr das Sagen hat, die Entscheidungen eigentlich mehr er jemand anderem überlässt. Das heißt, nicht freiwillig. Du merkst es selber nicht. Hier Familienmitglied. Dass es da immer auch so gewesen ist, er hatte zu tun oder sie hatte das zu machen, was hier gesagt worden ist, in der Kindheit schon. Also, wir gehen hier ziemlich weit zurück. Also, ich bin hier ziemlich weit, dass ich in die Vergangenheit zurückgehen kann. Und da ist immer wieder dieser, das hat dein Gegenüber krank gemacht, vor allem, weil er wollte auch niemanden verletzen und sich auch nicht gegen das stellen. Im Endeffekt wollte er oder sie immer was anderes. Aber konnte aus dem Ganzen hier nicht wirklich auch rausbrechen. Und so war es auch immer in Beziehung gewesen und ist dann auch immer, ist eigentlich mehr oder weniger immer auch geflüchtet, was Beziehungen betrifft. Ist da immer geflüchtet, wenn es auch brenzlig geworden ist oder wenn hier in seinem ganz nahen Umfeld, also familiär, jemand dagegen gesprochen hat und hier auch da in die Aktivität gekommen ist. Und bei dem einen oder anderen sehe ich aber auch, dass hier, ja, auch noch, was er oder sie dir verheimlicht hat. Wenn ich eher sage, ihr wisst auch, dass auch weiblich Person gemeint ist, ne? Weil ich hier immer aus der Perspektive einer Frau spreche, ist hier auch, dass hier noch Kontakt, oder dass Kontakt gewesen ist, hier mit einer Frau, mit einer anderen Person, ja, weiter weg. Also weitere Entfernung, also kann jetzt Ausland sein oder sowas, eine weitere Entfernung, dass hier da auch immer noch der Kontakt gewesen ist, was da auch ein bisschen verheimlicht wurde. Aber das Hauptthema ist, dass er oder sie auch bei dir macht, dass hier den Anschein weggelaufen ist, geflüchtet ist und sich da nicht stellen wollte. Und auch, dass es nicht rauskommt, dass er oder sie eigentlich hier die Führung immer, das Recht machen möchte, der Mutter, dem Vater, ne? Dass da die Entscheidungen, dass er oder sie die Entscheidungen da der Person überlässt. Und da sind wir wieder, da war es nämlich auch schon immer so gewesen, ne? Also er war es praktisch so gewöhnt, dass die Entscheidungen getroffen werden, dass er immer das macht, weil er wollte immer alles richtig machen oder will alles richtig machen. Und möchte hier auch auf gar keinen Fall diese Person verletzen, sondern immer nur das Gute, das Gute, das Gute. Und hier ist die Kommunikation auch, dass da auch die Kommunikation noch gewesen ist bei dem einen oder anderen. Also jetzt keine Kombination, jetzt hier bitte nehmen. Ja, auch noch Kontakt mit einer anderen Person, männlich wie auch weiblich, aus dem Ausland, wo sie auch von, ja, ein bisschen die Gefühle auch ein bisschen getriggert hat bei ihm. Also ein bisschen Gefühl angedockt ist, aber dein Gegenüber eigentlich nur mehr oder weniger hier das Ansehen gebraucht hat. Wollte gesehen werden. Das ist ganz wichtig gewesen für ihn oder das ist ganz wichtig für ihn, dass er gesehen wird. Und das ist das, was er oder sie, die jetzt hier, ja, in der Vergangenheit also nicht sagen wollte, da auch weggelaufen ist, bevor irgendwas auch rauskommt. Mit der anderen Person sehe ich jetzt nicht, dass hier richtig jetzt, ähm, lieber jetzt hier mit im Spiel ist oder hier jetzt so absolut tiefe Gefühle. Ähm, ja, also von daher, ähm, würde ich jetzt nach dieser Legung sagen, brauchst du dir jetzt ein Kollektiv halt, ne? Ähm, keine großartigen Gedanken zu machen. Jetzt hätte ich aber schon gerne noch, ähm, hier was zur Klärung, dass wir noch eine Karte zur Klärung nehmen. Ja, ja, und hier dein Gegenüber, was er dir verheimlicht, dass er nämlich von seinen Gefühlen nicht ganz ehrlich zu dir gewesen ist, also dir gegenüber gewesen ist. So ein bisschen diese, ähm, Unehrlichkeit, dieses Verschleiern, dieses Geheimnis, ein bisschen das so, ähm, verdecken, was hier wirklich Sache ist. Vor allem, weil ich hier nämlich auch sehe, dass dein Gegenüber seine Gefühle oder ihre Gefühle dir nicht richtig gezeigt hat. Dass er sich nicht richtig geöffnet hat dir gegenüber. Weil einfach so eine, so eine, so eine Verankerung ist hier, ähm, was Eltern betrifft, ne? Oder auch Geschwister, Tante, also diesen Bereich habe ich hier und das ist so sein Kreis, ne? Ja, und da war er, hat sich nicht getraut, also dieses, dieses Öffnen, das war ein ganz großes Thema, dass er sich dir nicht richtig seine Gefühle dir gegenüber geöffnet hat. Also diese Gefühlsöffnung hier, das ist das, was dieses Verborgene, was bei deinem Gegenüber drin ist. Weil die Gefühle in deiner Richtung sind sehr tief. Die sind sehr tief. Das sind richtige Gefühle, tiefe Liebe, Zuneigung, Zufriedenheit, aber ganz stark diese, ähm, dieses Zurückhaltende, ähm, wie gesagt, wie so ein, so ein, so ein Schutz nochmal um sich rumgelegt, dieses richtig öffnen können. Also diesen Kreis praktisch dann zu öffnen, dass du da in diesen engen Kreis, was hier dieses, dieser private Bereich betrifft, dass du komplett hier, ähm, damit reingehen kannst. Weil er das, ähm, nicht richtig einschätzen kann, ob das richtig oder falsch ist. Weil eben dieses Muster aus der Vergangenheit so stark bei ihm drin hängt, dass er eigentlich hier, ähm, wie fragen möchte, oder um Erlaubnis bittet. Ich weiß, ich tue mir jetzt sehr hart, das auszusprechen, weil es hört sich hart an, ne? Weil dein Gegenüber ist ein wundervoller Mensch, wie ich ihn hier sehe. Ganz viel Herz, ganz viel Wärme, aber auch ganz, ganz, ganz viel Verletzbarkeit. Ganz viel Enttäuschung aus Vergangenem und, ähm, das einfach immer, immer, immer wieder mitgezogen. Und das ist das, was er dir verheimlicht. Dein Gegenüber wollte dich nie enttäuschen. Er macht sich auch Sorgen. Er macht sich Sorgen, was dich betrifft, um die Enttäuschung, was er dir angetan hat. Und ist auch selbst so in dieser Verzweiflung, weil er weiß, dass du das nicht verdient hast. Dieses, ähm, dass er dich immer weggeschoben hat. Dich da nicht in diesen Kreis mit richtig reingelassen hat. Und das ist das. Dein Gegenüber wünscht sich das Gespräch mit dir. Er hat aber auch Befürchtung, dieses Gespräch, dass es ihn verletzt, enttäuscht, weil du vielleicht gar nicht mehr bereit bist, darauf einzugehen. Oder ihm dann auch da was sagst. Und da geht er dem Ganzen immer wieder weg. Flüchtet er. Das ist das, äh, das Geheimnis. Das Geheimnis, warum dein Gegenüber flüchtet. Und das hat definitiv hier in diesem Bereich zu tun. Dieser Bereich, weil er hat sich hier schon ein großes Stück aus diesen Fängen, sage ich jetzt mal, aus der Vergangenheit gelöst, befreit. Auf jeden Fall. Aber das ist das, was gewesen ist, was er dir nicht gesagt hat, wo es sich dir auch nicht richtig öffnen konnte. Und hier geht es hauptsächlich um die Gefühle. Er wollte die Bewegung reinbringen. Ja, aber immer wieder diesen Rückzug, bloß nicht zu viel zulassen, ähm, richtig diese Gefühle. Er hat seine Gefühle dir gegenüber nicht richtig gezeigt, nicht richtig dir geöffnet. Und das hat hauptsächlich hier mit einem Familienteil oder Elternteil, es kann jetzt auch hier, äh, Onkel, Tante, Bruder, Schwester auch noch mit sein. Und bei dem einen oder anderen hier auch da noch Kontakt mit jemandem aus der Vergangenheit, was im Grunde auch die Entfernung ist, die Distanz auch emotional, ja. Aber einfach so dieses Gesehenwerden, was ihm gut getan hat, aber eben auch, was er dir nicht gesagt hat, dieses, ähm, was in der vergangenen Beziehung gewesen ist, was da richtig getroffen hat bei deinem Gegenüber. Warum er sich auch so verschlossen hat. Und das ist das ganz große Thema hier bei ihm oder bei ihr. Dein Gegenüber traut sich auch nicht, dir zu sagen, jetzt die tiefen Gefühle. Die Sehnsucht ist da, Kommunikation wieder mit dir, absolut. Und steckt hier komplett in der Verzweiflung drin. Weil er weiß, wenn er an dich denkt, die Gedanken in deine Richtung sind hier voller Glücksgefühle. Hier sind Glücksgefühle, hier ist so die, aber auch, ähm, es ist so ein Hin und Her. Es sind diese Glücksgefühle, weil er weiß, was du für ein wundervoller Mensch bist, was für ein wundervoller Mensch du bist. Und auf der anderen Seite immer wieder die Enttäuschung, was er dir angetan hat. Dass er hier nicht ehrlich ist. Und da ist auch diese, ähm, starken, tiefen Gedanken hier, ähm, ja. Würde er oder sie überhaupt nochmal sich darauf einlassen, auf ein Gespräch? Weil ich ihn schon sehe, dass er bereit ist dafür. Aber da braucht er schon noch ein bisschen. Also er ist schon bereit, aber da fehlt noch ein Stück, ähm, dieses Sich-Trauen hier komplett auf dich zuzugehen. Aber die Frage war ja auch, ähm, was ist das, ähm, Thema oder was ist das, was er dir, ähm, verheimlicht? Oder verheimlicht hat? Und das ist das, dass er nicht, ähm, dir gestehen wollte. So richtig in die Tiefe da, ähm, das gestehen wollte, dass er hier sehr sich leiten lässt von einem Familienmitglied, von einer sehr nahestehenden Person, was jetzt nicht irgendwie, ähm, also familiär, ne, diesen Bereich. Und eben bei dem einen oder anderen, dass hier auch noch Kontakt war, ähm, ja, aber mehr so oberflächlich, ne. Ist aber aber mehr so ein Testen auch von ihm, ähm, dieses Antesten, was ich hier sehe, wenn er mit jemand anderem Kontakt aufnimmt, ähm, weil er selber nicht einschätzen konnte, ist es, ähm, spielt er sich hier nur was vor, weil die Gefühle sind sehr tief in deine Richtung. Und da war dieses Antesten, wenn ich jetzt hier eine andere Frau mit der Kontakt habe und da ein bisschen kommuniziere und so weiter, ne, ähm, um da herauszufinden für sich selbst, ob die Gefühle in deine Richtung wirklich echt sind, oder ob das wie so eine Farce einfach nur ist, also so, ja, so ein Moment, was vorgetäuscht ist für sich selbst, was sich vorgemacht hat, vorgespielt hat, ne, falsche Wahrnehmung, sowas. Und das war einfach nur ein Antesten auch gewesen. Aber dieses Antesten, kann ich euch sagen, hat er oder sie gemerkt, dass wirklich die Gefühle in deine Richtung intensiv sind, weil hier ist dann auch, was ihm wehtut, weil er weiß, dass du jetzt da nicht mehr nah bei ihm bist. Ja, wenn wir jetzt hier weitergehen und wenn wir jetzt auch was bei dem Gegenüber, was da auch, ähm, los ist, also hier dieser Zwiespalt, dieses, ähm, undurchsichtige. Deine Gegenüber ist wirklich undurchsichtig, ne, diese Undurchsichtigkeit, die ich sehr stark sehe, ähm, weil er selbst auch da in diesem Bereich für unsicher ist, ne, also da mal auf dich zuzugehen oder hier komplett sich dagegen zu stellen. Wie gesagt, einen ganz großen Teil hat er oder sie hier schon, schon geschafft, ne. Also hier ist wirklich die so, so gespalten mit sich selbst, so diese Unklarheit, Unsicherheit und, ähm, sehr viele Sorgen, die ich auch sehe, ne. Also, dir gegenüber, was die Gefühle betrifft, das war immer so verschwommen, ne, wie so, ja, labil, dieses Vernebelde, was diese Karte auch sehr deutlich sagt. Und, ähm, ja, es ist, äh, deutlich eine, eine ganz klare Legung, zwar jetzt hier, diese Karte zeigt jetzt hier zwar keine Klarheit, aber für mich das Gesamtbild hier hat absolute Klarheit. Und, wenn wir jetzt hier weitergehen, dass wir hier noch tiefer reinschauen, was jetzt bei dem Gegen, ups, was bei dem Gegenüber, ähm, ja, auch noch los ist. Also hier haben wir auch nochmal einen inneren Konflikt, ne. Also hier, dieser innere Konflikt, diese Traurigkeit, dieses Herzleid, was ich hier wirklich sehe, diesen Kummer, Liebeskummer, Liebeskummer hier aber zu dir. Und nochmals hier, die Spaltung, die Spaltung zwischen Kopf und Herz. Und das ist hier ganz, äh, es ist Wahnsinn, weil sein Herz ist hier in deine Richtung. Aber einfach diese, diese Verankerung hier, das ist das, was er dir verheimlicht hat, ne. Und das war immer bei ihm gewesen, oder ist diese Spaltung Kopf gegen Herz. Ja, wenn wir jetzt weitergehen, schauen wir nochmal, wie wir hier noch tiefer reinkommen. Wir haben Sechster Münzen. Dein Gegenüber ist nämlich ein sehr großzügiger Mensch, ne. Und dein Gegenüber wünscht sich auch mit dir die gegenseitige Unterstützung. Also er möchte dich auch unterstützen und wünscht sich auch von dir die Unterstützung von deiner Richtung, von deiner Seite aus. Und, ja, weil du bist eigentlich für ihn wie ein Geschenk des Himmels, wenn man so sagt. Und dazu diese Erkenntnis ist jetzt gekommen. Und er weiß schon, was nicht ganz so, so, ähm, sauber gelaufen ist. Aber da ist immer noch diese Spaltung, dieses richtig auf dich hier zukommen. Also ich sehe schon, dass er auf dich zukommen wird, ne, oder das Gespräch auch möchte. Ob er auf dich zukommen wird, hm, ähm, kann ich dir jetzt in dieser Erlegung jetzt nicht, äh, eindeutig sagen. Ich habe die Bewegung hier, weil er ist noch ein bisschen hin und her gerissen. Aber hier sehe ich schon die Bewegung, was die Kommunikation betrifft, ne. Aber immer noch, was ihn so ein bisschen zurückhält, diese Angst, enttäuscht zu werden. Das ist das, was ihn zurückhält. Aber die Liebe, die Liebe hat er jetzt begriffen, dass es ein richtig großes Geschenk ist in deiner Richtung. Aber da, dieser Schmerz, auch dieser Liebeskummer auch, dass er das Geschenk eigentlich nicht angenommen hat. Sondern hier eher mega geile Turnschuhe angezogen hat, ähm, und da weggelaufen ist, ne. Also, ja, hier, wenn wir jetzt weitergehen, ist es auch so, ähm, dein Gegenüber möchte hier schon Fairness, er wird hier eine kluge Entscheidung treffen. Und er ist auf dem Weg dabei, das Abwägen von Entscheidungen. Weil er möchte hier, ähm, Fairness dir gegenüber walten lassen. Und er möchte dir auch die Wahrheit sagen. Er möchte die Verantwortung komplett übernehmen und nicht mehr weglaufen. Und er möchte raus aus diesen Verstrickungen, aus dieser Lüge zu sich selbst. Und, wie gesagt, er weiß, dass es eine kluge Entscheidung ist. Und er möchte diese, dieses, so diese, äh, diese Balance wieder reinbringen. Er möchte, dass es hier, ähm, die Gerechtigkeit einfach, er möchte dir gerecht gegenüber treten und möchte dir auch gegenüber die Gerechtigkeit walten lassen. Also, wow, eine, schon eine Legung, die, ähm, schon ein bisschen, ähm, sehr viel Gefühl ist hier mit dabei, was ich spüre bei dieser Legung. Und auch diese Verzweiflung von deinem Gegenüber spüre ich. Aber, Wahnsinn, diese tiefe Liebe, jetzt zur Erkenntnis gekommen. Aber, wie gesagt, das ist das, was er oder sie dir nicht gesagt hat. Na? Okay, ihr Lieben, jetzt habt einen wunderschönen Sonntag. Und, ihr lieben Kanalmitglieder, wir haben ja heute die Verlosung von einem 30-minütigen Telefon-Reading. Die mache ich auch gleich und kommt auch gleich und dann stelle ich sie auch online. Bin mal gespannt, wer der heutige Gewinner ist von einem Telefon-Reading. Und alle, ich wünsche euch allen, Entschuldigung, ich wünsche euch allen einen zauberhaft schönen Tag. Genießt den Tag, genießt euer Sein und fühlt euch ganz fest am Abend. Alles Liebe für euch. Tschüss.